Jo Leute, zurück bei Red Faction und unser Ziel ist hier oben irgendwo. Wird uns jedenfalls angezeigt. Was liegt hier? Ah, dieses Gewehr. Ich glaube, das nehmen wir mal mit. Wo ist es? Da ist es. Geh nach oben, ja. Oder ganz nach oben. Ich bin doch dabei, Mensch. Lass mich da mal hier rumgucken ein bisschen. Meine Güte. Er sprintet aber auch nicht gerade lange, oder? Man könnte meinen, der wäre besser in Form. Können die sich nicht alle einmal hinter mich stellen oder hintereinander stellen? Dann mache ich eine Druckwelle und dann haben wir es doch. Ach so. Jetzt schon mal ein Teil von dem. Noch ein Teil. Geht jetzt rauf. Ich könnte ja auch theoretisch... Fuck. So. Hier muss ich rauf, oder was? Kriege ich auf jeden Fall Punkte. Nehmen wir mal die kleine Abkürzung gerne mit. Kommt jetzt gleich dann das 100 Meter große Monster, oder was? Hier kann man sich dann wohl nochmal verbessern, kurz vor Schluss und neue Waffen auswählen. Also kurz vor Schluss, ich meine damit eigentlich... Äh... Ne, genau. Ich meine damit eigentlich Levelabschluss. Das ist gut. Munitionsmenge ist immer schön. Ja, können wir auch gar nicht verbessern. Ich gucke dann nochmal wegen den Waffen. Also mitnehmen werde ich ganz klar dieses schwarze Loch, oder was das ist. Ich überlege gerade. Hm. Die Minen sind eigentlich... Die sind schon gut. Das ist auch recht stark, habe ich festgestellt. Aber vielleicht ist das auch nicht schlecht. Ich weiß ja nicht, gegen was ich gleich kämpfe. Na komm, wir lassen mal die Ausrüstung so stehen, wie sie jetzt gerade ist. Okay. Das sieht jetzt eigentlich eher ein bisschen... Vielleicht ein bisschen... Schwerer aus. Kann es sein, dass ich dir nur schaden kann, wenn ich dir ins Maul schieße? Ich glaube nicht, dass sie uns mag, Sam. Was ist unser Plan für eine Tatsache? Schöne. Ah, Moment, wenn sie sich da unten hinschüssen. Bringt mir jetzt theoretisch eigentlich so gar nichts. Ich nehme einfach mal die Waffe. Wie mache ich denn der Schaden? Oh, ich bin fast tot, oder was? Ah, hier unten drauf. Ich bin fast tot, Sam. Die Queen erscheint, dass sie mehrere vulnerable Punkte hat. Sie werden deinen Angriff aufzunehmen. Sag ich doch. Ich kann hier auch rumlaufen. Was liegt hier denn rum? Ein Nanogewehr. Ah, jetzt kann ich hier was abschießen. Jetzt zeigen sie mir das auch erst an. Sind das Schweine? Ich mache nochmal das Schutsche, weil... Dann kann ich ja hier auch stehen bleiben. Das zieht der ja nicht mal was. Ich schieße jetzt mit dem Gewehr hier rein. Ah. Ja, jetzt hat es Schaden gemacht. Okay. Ich schaue sie da. Warum kann es nicht einfach so einfach sein? Ach, nee. Jetzt kommen wir voll die Gegner. Ich werde versuchen, mich weiter in die Queen zu kümmern. Damit haben wir ja eigentlich Schaden gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt nicht getroffen. Lad nochmal bitte auf, weil dann kann ich Kraftwert nochmal machen. Danke. Habe ich jetzt getroffen? Ich glaube, ja, ne? Wie kannst du es wagen, hier reinzugehen? Gott, was geht mit dir? Vom Schussschild. Das macht einfach keinen Schaden. Ich nehme mal das Nano-Gewehr. Vielleicht ist das ja ein bisschen besser. Wie ich sehe, hat kein anderes Punkt bei der Königin. Abflug. Es kann sein, dass ich erst die Typen besiegen muss. Und dann interessiert sich die Queen. Also das Nano-Gewehr ist schon schick. Ah, jetzt. Nee. Ah, im Arsch. Das Ding ist bei ihr im Arsch. Wir machen die kalt. Eigentlich voll die unfaire Taktik, oder nicht? Mit dem Schussschiff. Ich gehe mal an die Munitionskiste. Klar machen. Oh, 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 oh. Das war fuck schlecht. Mist. Müssen wir den ganzen Kampf nochmal machen? Bitte nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nein, das ist schon mal etwas. Jetzt haben wir aber das Nano-Gewehr wieder nicht dabei. Ich glaube, wir haben eine voll schlechte Position gerade ausgesucht. Wir sollten vielleicht auch die ganz unten bleiben. Aber ich hole mir erst mal das Nano-Gewehr. Das kümmert den einfach nicht, wenn ich ihn abschieße. Sieben Schuss ist jetzt nicht besonders viel, oder? Kannst ruhig dein Ding da machen. Dein Kuhn und Strahl. Lass mich kurz nachladen. Plan. Na super. Yo, jetzt kommt auf einer anderen Seite. Ich brauche Munition. Munition ist wichtig. Jetzt komm. Wohin guckst du das hier? Heck. Ich wollte nicht treffen. Aber gleich ist schon zu Ende der Endkampf hier. Hallo. Oh, jetzt kommt's. Wahrscheinlich treffe ich jetzt wieder nichts. What? Ich kann doch jetzt gar nichts treffen. Ich renne mal hier runter. Nein! Was sollte ich jetzt machen? Verstehe ich nicht. Ich kann doch jetzt gar nichts abschießen. Da waren noch gar keine Sachen. Markiert. Beziehungsweise. Oh, komm. Scheiße. Ich seh's schon, komm. Ich häng hier wieder. Weil das Spiel mir einfach keine Ziele gibt. Und ich dann nicht weiß, ob was ich schießen soll. Komm ruhig. Schieß nochmal. Ich lege hier vorne. Hallo. Munition. Da ist Munition. Geht doch. Tja. Ich glaube nämlich, dieser Strahl geht auch durch das Schild. Und deswegen ist es ziemlicher Quatsch, mich dann da zu versuchen, in Sicherheit zu wiegen. Okay, jetzt kann die Königin mal wieder flockig nach unten gehen. Hat die scheinbar keine Lust zu. Ah, jetzt. Ah, hier oben ist auch noch was. Oh, jetzt geht's ja direkt nochmal runter. Ah, okay. Die andere können wir noch abschießen. Komm, geh nochmal runter. Die Predator-Machine. Geschafft. Ist sie tot? Sie ist echt tot. Von, what? Von wegen, unsere Chancen sind nicht... Äh, wo? Hm? Ich muss mich schuldigen. Sam, ein bisschen Hilfe! Ich habe eine Chance in Brasilien, weil es eine große Herausforderung hat. Gott, das ist mir einfach, wie ich mich töten kann! AIM! Was? Was? A present heavily ionized atmosphere allows the aliens to thrive in an Earth-type atmosphere would kill them quickly. Your point? Is da mit einer Formist machine wie bei ihnen? Man from this machine would have to be reconstructed. The Nanoforge could do that. Neon Atme. Das ist mir nicht vokt, all right? ARD Text im Auftrag von Funk Okay, was kommt denn jetzt noch? Sie wird diesen ganzen Planeten abziehen! Wir müssen den Terraformer erfolgen, das ist unsere einzige Chance! Die naheste Entrance ist ins Visitor-Center. Dann gehen wir da hin, zeig mir den Weg! In den Terraformer, ja, haha, bist du lustig! Hier haben wir jetzt... Ach, wir haben nicht mal genug Punkte, wie ich das gerade sehe. Ah, hier kann ich lang, okay. Ich versuche jetzt einfach so schnell, wie es geht, nach unten zu kommen, weil hier ziemlich viele Aliens sind, die, glaube ich, gar nicht nur irgendwie so... ein bisschen stillen möchten. Oh shit! Muss ich hier überhaupt lang? Ja, muss ich. Okay. Okay, okay, okay. Noch geht es! Wenn wir einfach weiterrennen würden. Aber er mag einfach nicht rennen. Wo muss ich denn hin? Ah, hier vorne, okay. Ah, ein dicker, ein dicker, dick, dick, dick. Bitte! Oh, noch ein dickerer! Ein dickerer, ein dickerer! Geh weg! Oh, zwei Dicke! Raus aus meinem Kraftfeld! Ich muss mich erst entfalten! Hm? Scheiße! Raus! Renn doch, Junge! Wie er einfach stehen bleibt! Wie soll ich hier durchkommen? Kommst du auch mal auf die Idee weiter zu gehen, du Spaß? Ich glaube, man sollte eigentlich hier irgendwie so viel gezielt hervorgehen. Kann es sein, dass ich hier gar nicht weiter zu meinem Ziel komme? Ach so, hier komme ich gar nicht weiter zu meinem Ziel. Am Anfang mal einen gebliebenen Abflug machen, danke sehr. Kann ich hier noch laufen? Ja, okay. Ah, scheiße. Mein Gott, wie viel ist denn hier? Hier muss ich sogar lang. Oh, scheiße. Wäre ich da jetzt runtergefallen, das wäre echt ärgerlich, dick. Solange die Gegner da nicht hin können, ist das super. Trifft ihn einfach gar nicht. Tschüss hier, jetzt hau ab. Welcher Weg, Sam? Durch das Vintilationsschaft. Das besser nicht zu dem Schraubstumpe führen. Das haben wir ja recht gut jetzt überstanden, ne? Aber wer weiß, was jetzt noch kommt. Oh mein Gott. Ich muss noch da oben. Wie denn? Ach ja, geil. Hau ab, Mann. Du kotzt mich an. Jetzt bräuchte ich meinen wunderschönen Schuttchen. Klar, genau. Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Scheiße. Scheiße, Schuttel weg. Fuck. Kann ich hier was kaputt machen? Nein. Shit. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das wäre eigentlich jetzt so von Vorteil, das zu wissen, oder nicht? Ich muss noch oben, okay? Dann repariere ich den Puff hier mal. Nein. So. Komm, rauf. Rüber. Oh, hier ist auch alles im Arsch. Könnte ich eigentlich wieder so rumlaufen? Und jetzt? Support System online. Purging environmental toxins. Jetzt mach ich erstmal einen Cut. Dann melde ich mich gleich zurück. Bis dahin. Und haut rein. Klick jetzt auf den Fernseher, um mein letztes Video zu sehen.